I have this fuzzy feeling that I'll find out sooner or later with your help, Sensei. Ach, Teddy. Wake up! Sieben. Ja. Bald ist alles am Limit. Okay. Ist Melon Soda okay? Noch mal ein bisschen plaudern. Dann gibt es vielleicht noch mal ein Rank-up bei Nanako. Oh, sie steht mal. Ein Anruf vom Vater. Er kommt nach Haus. Essen machen. Okay. Aha. Sie hat viel Gemüse gekauft. Ob wir den Salat machen können? Ich esse Salat zum Frühstück. Nee. Klar können wir alles machen. Hier sind der Salatmacher. Und sie ist die Spiegelei-Macherin. Ah ja. Die Diät. Das Mädchen ist toll. Das Mädchen ist toll. Was soll ich da jetzt sagen? Hm. Let's do it. Willkommen. Was von ihr? Was denn? Ein Familienbild. Oho. Die Diät hat das ein paar Mal kopiert. Oh. Weil ein Teil der Familie sein sollen. Für sie. Kiger auch ein Bild. Für sie. Cute. Maximum. Hey. Super. Was passiert jetzt? Der Nanakoto-Chima-Social-Link. Has reached it's maximum level. Gement. Die Stats. Und dieser Bund kann nicht gebrochen werden. Wir können nun Sah Uscha fusionieren. Der Scourge of Evil. Keine Ahnung was das heißt. Irgendwie mit dem Bösen. So Mauschen Also die Kleine hat uns am Allfall ins Herz geschlossen. Wahrscheinlich für immer. Die würde sich noch heiraten, wenn sie wollte. Er könnte. Wir haben Essen vorbereitet, Salat und anderes Zeug. Hände waschen gehen und dann setzen. Putz dich, ey. Ja, das verdankt man teilweise uns. Let's eat. Ist das nicht schön mit der Familie? Ja, solche Schattendinger haben wir noch nie zuvor gesehen. Ja, das ist schön. Kann man sich nur noch mal in touch. Ah, ein Yen, ein interessanter Fakt. Wie viel denkst du kostet es, eine 1-Yen-Münze herzustellen? Der Gag 2 Yen, das stimmt garantiert, schon witzig, dass man einen doppelten Wert braucht um eine Münze des Halbenwertes herzustellen, macht auch so viel Sinn. Money isn't free, after all. Auf dem Test hat sie gesagt, merken wir uns das also mal im Hinterstübchen. Also oben. Im Kopf halt. Nun gut, hast du ein neues Quest für uns? Nö. Also schön, ich werde jetzt mal speichern und mir auch langsam mal was zu essen machen, es ist schon recht spät.